So, ich muss mal kurz verrichten, ich bin heute mit meinem russischen Freund zum Museum in der Welt gefahren, auf dem Space Shuttle zu sehen. Leider war es ausverkauft, aber er hat Interesseausweise, wir haben jeder Interesseausweis bekommen, wir können es jetzt noch sehen. So, und da ist sie. Echt groß, würde ich sagen. Echt groß, würde ich sagen.